Dann rufe ich auf den Punkt 1, die Fragestunde. Es beginnt der Kollege Lothar Quanz, Frage 396. Ich frage die Landesregierung, welche Ursachen und Gründe sind dafür verantwortlich, dass im Haushaltsentwurf für 2016 die Mittel für Schulen in freier Trägerschaft deutlich ansteigen? Vizepräsident Wolfgang Greilich, Herr Kultusminister. Herr Abg. Quanz, mit der Novellierung des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes zum 1. Januar 2013 wurde die Berechnung der Schülersätze zur Finanzierung der Ersatzschulen grundlegend verändert. Die Berechnung der Schülersätze basiert auf der Datenauswertung aus dem SAP-System für öffentliche Schulen aus dem Referenzjahr 2012. Für dieses Referenzjahr wurden die Daten pro Schulform der öffentlichen Schulen ausgewertet und durch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler geteilt. Von diesen Schülerkosten der öffentlichen Schulen erhalten die allgemeinen Ersatzschulen 85 % und die Förderschulen 90 % als Schülersatz. Im Novellierungsverfahren zum Ersatzschulfinanzierungsgesetz stellte sich jedoch heraus, dass die bis dahin berechneten Kopfsätze und die aus dem SAP-System ermittelten neuen Schülersätze pro Schulform erheblich voneinander abwichen. Dabei gab es Schulen, für die die Änderung eine Besserstellung bedeutete und umgekehrt Schulen, bei denen das Gegenteil der Fall war. Die Schulen, die mit der Änderung schlechter gestellt gewesen wären, bekamen den Besitzstand anerkannt. Eine Anhebung der anderen Schulen auf das erforderliche Niveau war mit Blick auf den Landeshaushalt nicht möglich. Eine sofortige Anhebung war nicht möglich. Deshalb wurde in § 8 des Gesetzes die Finanzierung der Ersatzschulen für die kommenden zehn Jahre durch einen Stufenplan geregelt. Die von der Annehmung betroffenen allgemeinen Schulen werden in Stufen von zwei Prozentpunkten pro Jahr und die Förderschulen in Stufen von vier Prozentpunkten pro Jahr an die neuen Schülersätze angeglichen. Ferner durfte die Differenz zum Vorjahr in 2013 für alle Schulformen maximal zehn Prozent betragen und wird ebenfalls stufenweise angeglichen, sodass zum Ende des Stufenplans im Jahre 2022 die allgemeinen Schulen bei einer maximalen Steigerungsrate von 28 Prozent ergibt sich aus den zehn Prozent plus neun Jahre lang jeweils zwei Prozent und die Förderschulen bei einer maximalen Steigerungsrate von 46 Prozent ergibt sich aus den zehn Prozent plus neun Jahre mal vier Prozent Steigerungsrate liegen. Um ein kontinuierliches Ausgleichen zu gewährleisten, wurden die Schülersätze aus dem Referenzjahr 2012 festgeschrieben und werden jährlich durch einen Inflationsausgleich modifiziert. Zur Berechnung des Inflationsausgleichs werden die Schülersätze entsprechend dem Verhältnis der jährlichen Beamtenbesoldung des jeweiligen Vorvorjahres zum davorliegenden Jahr gesteigert oder vermindert. Maßgeblich ist dabei das Grundgehalt einer Beamtin oder eines Beamten der Besoldungsgruppe A 13 der Stufe 6 zuzüglich der allgemeinen Stellenzulage und der Sonderzahlung nach den jeweils geltenden besoldungsrechtlichen Vorschriften. Durch die in dem Stufenplan festgelegte Berechnung des Inflationsausgleichs wirkt sich die Besoldungserhöhung von 2014 auf das Berechnungsjahr 2016 aus. Im Jahr 2014 wurde die Beamtenbesoldung ab 1. April um 2,6 % angehoben. Die kumulierte Angleichungsrate der allgemeinen Schulen seit Inkrafttreten des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes liegt im Jahr 2016 bei 16 % und die der Förderschulen bei 22 %. Darüber hinaus steigen die Schülerzahlen im Vergleich zu den öffentlichen Schulen an den Ersatzschulen kontinuierlich an. Daher ist für die Aufstellung des Haushalts 2016 mit einer Schülerzahlsteigerung von 1,5 % gerechnet worden, die auch Schulneugründungen beinhaltet. Zusammenfassend gibt es also drei Gründe, die zu der deutlichen Erhöhung des Mittelbedarfes für Schulen in freier Trägerschaft von 2015 auf 2016 führen. Erstens die Auswirkungen der Besoldungserhöhung von 2014. Zweitens die weitere Angleichung der Schülersätze entsprechend dem 2012 festgelegten Stufenplan an das für 2022 vorgesehene Niveau. Drittens die steigenden Schülerzahlen an den Ersatzschulen. Vizepräsidentin Heike Habermann Vizepräsidentin Heike Habermann Wie lang? Eine komplizierte Frage. Loder-Ghontz, Zusatzfrage. Herr Präsident, das stimmt. Dafür war die Antwort sehr einfach und knapp. Loder-Ghontz, ich darf noch einmal nachfragen. Wir haben eine Steigerung von den Istkosten 2014 von 274 Millionen € um 30 Millionen € auf 304, insgesamt auf 15 und noch einmal 18 Millionen € zu 16. Wie hoch ist denn der Anteil von Nummer 3 als Grundlage, die Sie anführten, nämlich vermehrt Übergänge aus den öffentlichen Schulen und Privatschulen? Können Sie dazu Auskunft geben? Danke, Herr Staatsminister. Herr Abg. Quanz, erstens müssten wir das gesondert berechnen, und zweitens müssten wir uns erst darauf einigen, wie wir sozusagen die anderen Effekte herausrechnen. Das heißt, würden wir dann quasi rechnen, als hätte es keine Besoldungserhöhung gegeben, als hätte es keine Schülersatzerhöhung gegeben. Ich glaube auch, wir müssten uns zum Beispiel auf das Basisjahr einigen. Wir müssten zum Beispiel schauen, ob wir das Basisjahr 2013 oder ob wir das Basisjahr 2015 rechnen. Ich lade Sie herzlich ein. Wir machen gerne die Berechnungen, aber die habe ich natürlich in der Form nicht mitgebracht, weil wir sie, wie gesagt, auch erst einmal die Parameter festlegen müssen. Vizepräsident Frank Lortz, Präsident Norbert Kartmann, Herr Kultusminister, gibt es nicht noch einen vierten Grund, nämlich die Erhöhung der Mittel, die für die inklusive Beschulung nicht die Mittel als Gastschulbeiträge bekommen? Gibt es da noch eine Erhöhung, die auch betrifft? Vielen Dank, Herr Minister. Herr Abg. Degen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, worauf Sie anspielen. Ich vermute, es bezieht sich auf die Meinungsverschiedenheit, die wir mit den Schulträgern haben, bezüglich der Höhe der Gastschulbeiträge bei inklusiv beschulten Schülerinnen und Schülern. Da diese Meinungsverschiedenheit aber noch nicht ausgetragen ist, wirkt sich das hier jedenfalls in den Zahlen nicht weiter aus. Vizepräsident Frank Lortz, Präsident Norbert Kartmann, Vielen Dank. Noch Zusatzfragen? – Ich frage Frage 397, Frau Abg. Wallmann. Ich frage die Landesregierung, wie viele abgelehnte Asylbewerber haben 2014 und im bisherigen Verlauf des Jahres 2015 Hessen verlassen? Vizepräsident Frank Lortz, Präsident Norbert Kartmann, Herr Innenminister. Frau Abgeordnete, im Jahr 2014 wurden 551 abgelehnte Asylbewerber von den zentralen Ausländerbehörden bei den Regierungspräsidien und von den kommunalen Ausländerbehörden in Hessen abgeschoben. Nachweislich freiwillig ausgereist sind 528 abgelehnte Asylbewerber, folglich konnte die bestehende Ausreisepflicht in 1.079 Fällen in 2014 durchgesetzt werden. Bis zum 30. November 2015 wurden 2.046 abgelehnte Asylbewerber von den zentralen Ausländerbehörden und den kommunalen Ausländerbehörden abgeschoben. Freiwillig ausgereist sind 4.748 abgelehnte Asylbewerber, sodass im laufenden Jahr bislang 6.794 erfolglose Asylsuchende Hessen nachweislich wieder verlassen haben. Es handelt sich um vorläufige Werte, da die Angaben der kommunalen Ausländerbehörden für den Monat November noch nicht vollständig vorliegen. Die Meldungen der Ausländerbehörden gehen stets erst im Laufe des jeweiligen Folgemonats ein, sodass der endgültige Wert der Aufenthaltsbeendigung noch ansteigen wird. In welchem Umfang abgelehnte Asylbewerber unkontrolliert freiwillig ausreisen, ist nicht bekannt. Vizepräsident Frank Lortzmann, Ministerpräsidenten und Vizepräsidentin und Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten und für die Ausländerbehörden. Frage 398, Herr Abg. Reul, CDU-Fraktion. Ich frage die Landesregierung. Welche Auswirkungen auf die Steuerverwaltung erwartet sie bei einer Umsetzung des Vorschlags der EU-Kommission zur Europäischen Einpersonengesellschaft? Herr Finanzminister. Herr Abg. Reul, Hintergrund des Vorschlags der EU-Kommission, die Gründung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter zu erleichtern, ist, dass es das Bestreben zahlreicher Unternehmen gibt in den jeweiligen Ländern, in denen sie unternehmerisch tätig sind. Ein Unternehmen zu begründen, eine Tochtergesellschaft, die dort dann nicht als ausländisches Unternehmen, sondern als inländisches Unternehmen angesehen und tätig werden kann. Kernstück des Vorschlags der Kommission ist ein harmonisiertes Eintragungsverfahren mit der Möglichkeit einer Online-Eintragung der Gesellschaft. Was auf den ersten Blick wie eine große Vereinfachung und Erleichterung für die Unternehmen daherkommt, wird auf den zweiten Blick durchaus zu schwierigen Konsequenzen führen. Wenn der Vorschlag so umgesetzt würde, wie ihn die Kommission im Moment vorsieht. Denn nach deutschem Recht ist die Voraussetzung für die Eintragung einer juristischen Person eine notarielle Beurkundung. Nach unseren Rechtsregeln trifft die Notare die Verantwortung einerseits für die Legitimationsprüfung der Beteiligten. Also sind die Personen wirklich die, die sie angeben, zu sein, die das Unternehmen gründen wollen. Auf der anderen Seite auch die Verpflichtung, die entsprechenden Unterlagen an die Finanzbehörden weiterzuleiten. Wenn beides wegfällt, haben wir bei beiden Dingen Probleme. Zum einen einen höheren Verwaltungsaufwand auf der Seite der Finanzverwaltung, weil diese wiederum auf die Mitwirkungspflichten der Unternehmensgründer angewiesen ist. Ob diese Mitwirkungspflicht ausgeprägter ist als die der Notare, ist relativ sicher, dass die notarielle Mitwirkungspflicht sehr viel nachhaltiger ist und umgekehrt ein direktes Herantreten an die Unternehmensgründer mit weiterem Verwaltungsaufwand verbunden ist. Auch die Identifikationsprüfung wird an manchen Stellen deutlich erschwert. Deshalb haben wir in unserer Stellungnahme sehr kritisch darauf hingewiesen, dass die notarielle Beurkundungspflicht jedenfalls kein aus unserer Sicht unnötiger bürokratischer Aufwand, sondern ein Instrument ist, sogar weiteren bürokratischen Aufwand im Laufe des Verfahrens zu reduzieren. Wir hoffen, dass jedenfalls unsere Hinweise und unsere Stellungnahmen, die auch von der nationalen und deutschen Ebene uneingeschränkt geteilt werden, dazu führen, dass die Europäische Union ihr entsprechendes Vorhaben noch weiter modifizieren wird. Vielen Dank. – Gibt es Zusatzfragen nicht der Fall? – Frage 399, Herr Abg. Klaus Dietz, CDU. Ich frage die Landesregierung. – Welche Ziele und Projekte wird die neu gegründete Stiftung hessischer Tierschutz fördern? Vielen Dank, Frau Ministerin. Herr Abg. Dietz, seit der Aufnahme des Staatsziels Tierschutz in das Grundgesetz vor mehr als zehn Jahren hat das Tierwohl Verfassungsrang. Ziel der Landesregierung ist es deshalb, den Tierschutz kontinuierlich zu verbessern. Zu diesem Zweck soll der Tierschutzgedanke in der Gesellschaft eine Verbreiterung und Vertiefung erfahren, wozu auch das allgemeine Verständnis für Wildtiere sowie die Aufklärung von Halterinnen und Haltern von Haustieren über einen artgerechten Umgang zählen. Daneben sollen insbesondere Projekte von Trägern von Tierheimen oder ähnlichen Einrichtungen unterstützt werden. Denn Tierheime nehmen eine elementare Rolle im Tierschutz ein. Das Land Hessen unterstützte bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts bauliche Investitionen in Tierheimen. Die mithilfe dieser mittelerbauten Tierheimanlagen sind inzwischen 20 bis 40 Jahre alt und daher häufig sanierungsbedürftig oder auch dem heutigen Wissensstand über Tierhaltung anzupassen. Die Stiftung Hessischer Tierschutz fördert gemäß § 2 der Stiftungssatzung materiell und ideell den Tierschutz und die Tierschutzziele in Hessen. Unterstützt werden insbesondere Projekte von Trägern von Tierheimen oder ähnlichen Einrichtungen, das heißt nach dem Tierschutzgesetz in schwierigen Finanzsituationen und die Verbreitung und Vertiefung des Tierschutzgedankens in der Gesellschaft einschließlich des allgemeinen Verständnisses für Wildtiere und der Aufklärung der Halterinnen und Halter über den artgerechten Umgang mit Haustieren. Ich verweise jetzt insbesondere auf die Weihnachtszeit und dass manchmal Tiere verschenkt werden, die dann umgehend wieder in Tierheimen abgegeben werden, weil diejenigen, die beschenkt werden, nicht wissen, wie sie mit diesen Tieren umgehen sollen. Die Stiftung Hessischer Tierschutz kann hierzu selbsttätig werden oder Vorhaben Dritter fördern. Sie unterstützt aber keine Maßnahmen, die zu den Pflichtaufgaben der Landkreise oder der Gemeinden gehören. Konkretisiert werden diese Vorgaben in den Förderrichtlinien der Stiftung Hessischer Tierschutz. So heißt es dort, dass vorrangig Neubaumaßnahmen, Umbaumaßnahmen, Instandhaltungsmaßnahmen, Grundstückserwerb zur Verbesserung und oder Erweiterung der Tierhaltung gefördert werden. Weitere Fördermaßnahmen könnten sein Unfruchtbarmachung und Kennzeichnung von freilebenden Katzen, Zuschuss zu den Futter- oder Tierarztkosten für Tierheime und ähnliche Einrichtungen. Die Stiftung kann Förderschwerpunkte festlegen. Die ersten Anträge konnten in diesem Jahr bereits beschieden werden im Hinblick auf die Sanierung und die Erweiterung von Tierheimen. Vielen Dank. – Gibt es Zusatzfragen? – Nein. – Herr Schöpfen beantwortet. – Dann betrachtet 400. – Herr Abg. Kurt Wiegel, CDU. – Kurt, drücke einmal drauf. Vizepräsidentin Heike Habermann Ich frage die Landesregierung, welche Ziele verfolgt sie mit der Unterstützung des Naturschutzgroßprojektes Vogelsberg? Vizepräsidentin Heike Habermann Frau Ministerin. Herr Abg. Wiegel, das Naturschutzgroßprojekt Vogelsberg ist eines der bedeutsamsten Vorhaben zur Umsetzung der hessischen Biodiversitätsstrategie. In der Projektkulisse von ca. 92.000 ha sollen im Projektgebiet in einer Ausdehnung von insgesamt knapp 7.700 ha Maßnahmen über einen Zeitraum von zehn Jahren bis zum Jahr 2024 umgesetzt werden. Dazu gehören unter anderem Maßnahmen in den Bereichen Grünlandextensivierungen, vor allem im Bereich Bergmähwiesen und Borstgrasrasen, wasserbauliche, naturnahe Rückbaumaßnahmen und Waldprozessschutz. Träger dieses Projektes gesamtstaatlicher Bedeutung ist der Verein Natur- und Lebensraum Vogelsberg. Die projektierten Maßnahmen betreffen vor allem das europäische Vogelschutzgebiet Vogelsberg sowie 28 FFH-Gebiete und 32 Naturschutzgebiete. Das Projektgebiet umfasst das größte zusammenhängende Basaltmassiv Europas sowie eine historisch gewachsene, besonders strukturreiche Mittelgebirgskulturlandschaft, die über einen überdurchschnittlichen und bemerkenswerten Artenreichtum verfügt. Besondere Bedeutung kommt den Feucht- und Nasslebensräumen zu, welche vom Wasserreichtum des Vogelbergmassivs abhängen. Die Landesregierung hat das Projekt von Anfang an unterstützt und für die notwendige Finanzierung Sorge getragen. Dies auch aus der Überlegung heraus, die Region damit über den eigentlichen Naturschutzansatz hinaus aufzuwerten und überregional bekannt zu machen. Das Gesamtfinanzvolumen des Naturschutzgroßprojektes beläuft sich auf 9,3 Millionen €. Davon trägt das Land Hessen einen Anteil von 25 %. Der Bund finanziert 65 % und der Verein als Projektträger übernimmt 10 %. Ziel des Naturschutzgroßprojektes ist es, die historisch gewachsene Kulturlandschaft des Vogelsbergs mit ihrer Vielfalt an Arten und natürlichen wirtschaftlichen Lebensräumen durch angepasste Nutzungsformen und ergänzende Naturschutzmaßnahmen zu erhalten und fortzuentwickeln. Dazu wird ein langfristig tragfähiges Konzept zur verstärkten Integration von Naturschutz in die Land- und Forstwirtschaft erarbeitet, um die einzigartigen Lebensräume des Vogelsbergs als Hotspot der Biodiversität in Hessen zu sichern und zu entwickeln und nachhaltig wirtschaftlich tragfähige Strukturen zu erproben und dauerhaft zu etablieren. Die vorgesehenen Projektstellen für Projektleitungen, wissenschaftliche Mitarbeit sowie eine Verwaltungskraft wurden Anfang 2015 ausgeschrieben. Die Stellenbesetzung erfolgt im Mai dieses Jahres. Es ist zu erwarten, dass mit der Umsetzung des Großprojektes auch Möglichkeiten geschaffen werden, im Gastronomie, Fremdenverkehrs- und Beherbergungsgewerbe sowie in weiteren Bereichen Wertschöpfungsketten auf- und auszubauen. Vizepräsident Dr. Ulrich Wilkenberg Vielen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Vizepräsident Frank Lortz von der FDP Frage 401, Abgeordneter Dr. Hahn, FDP. Ich frage die Landesregierung. Aus welchen Gründen nimmt das Land Hessen nicht an dem Open-Data-Portal GovData teil, welches in gemeinsamer Verantwortung des Bundes und von acht Bundesländern finanziert und betrieben wird? Herr Finanzminister. Herr Abgeordneter Dr. Hahn, wir haben geprüft, ob wir an dem gemeinsamen Pilotprojekt teilnehmen, der bis zum Januar 2015 ein gemeinsames Pilotprojekt der acht Bundesländer und des Bundes war. Wir sind aber zu dem Ergebnis gekommen, dass die Anforderungen, die wir an Open Government Projekte stellen, insbesondere die Navigationsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger nicht ausreichend sind, um dass es eine sinnvolle Möglichkeit zur Integration in die eigene E-Government Strategie zu machen. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund, dass Bürger, die Leistungen dort online nachfragen, natürlich ein hohes Interesse daran haben, dass sie eine Chance haben, die für den jeweiligen Standort, für den sie nachfragen, geltenden Vorschriften und Geodaten habhaft zu werden. Diese Navigationsmöglichkeiten sind in der bisherigen Struktur dieses Portals nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir sind aber im Moment dabei, gemeinsam mit den hessischen Kommunen zu diskutieren, ob bei einer nächsten Weiterentwicklungsstufe, und seit dem 1. Januar dieses Jahres ist das unter der künstlerischen Oberleitung des Bundeslandes Hamburg in den Regelbetrieb übergegangen. Wir prüfen jetzt, ob sich bei der nächsten Release-Stufe die Frage der Navigationsmöglichkeiten anders darstellt, sodass eine Wahrnehmung dieses Angebots, eine gemeinsame Integration in unsere Strukturen möglich sein wird. Vielen Dank. Zusatzfrage, Dieter Lichdorf. Ich darf fragen. Planen Sie, planen die Landesregierung eine alternative Möglichkeit für die hessischen Bürgerinnen und Bürger, entsprechenden Zugang zu öffentlichen Unterlagen zu bekommen? Herr Finanzminister. Wir haben bereits sehr hohe qualitativ wertvolle Angebote, beispielsweise die Behördenrufnummer 115 oder aber auch den einheitlichen Ansprechpartner, der auch elektronisch erreichbar ist, sodass es dort keinen ganz dringlichen Handlungsbedarf gibt. Wir sind aber dabei, in der Tat, wie ich es eben ausgeführt habe, auch mit den Kommunen darüber zu sprechen, welche sinnvollen Ergänzungen des Angebots gegenwärtig notwendig sind. Weitere Zusatzfrage. Wann meinen Sie, Herr Staatsminister, kommt die Landesregierung zu einer Entscheidung, was sie macht? In dieser Frage hängt vom Fortgang der Gespräche mit der kommunalen Familie ab, deren Ergebnis ich schwer prognostizieren kann. Vizepräsidentin Heike Habermann, CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Noch Zusatzfragen, nicht der Fall? Frage 402, Herr Abg. Dirk Landau, CDU. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie die Einigung von OECD und G20 auf internationale Standards gegen Gewinnverkürzung und Verlagerung multinationaler Unternehmen? Vizepräsidentin Heike Habermann, CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vizepräsidentin Heike Habermann, CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vizepräsidentin Heike Habermann, CDU und SPD Vizepräsidentin Heike Habermann, CDU und SPD. In der Vergangenheit haben es immer wieder möglich gemacht, Betriebsausgaben in einem Land zu haben und in einem anderen Zielland die Betriebseinnahmen nicht zu versteuern zu müssen, gibt es wesentliche Fortschritte, dies künftig zu unterbinden. Auch bei der Frage der Verrechnungspreisgestaltung gibt es erhebliche Fortschritte. Allerdings müssen wir auch konstatieren, dass nicht alle Probleme, die im Zusammenhang mit internationaler Steuergestaltung bestehen, gelöst werden konnten. Ein wesentlicher Block ist die Frage der Lizenzeinnahmen, wo es ja, Sie wissen, eine Tendenz gibt, von einzelnen Staaten sogenannte Lizenzboxen einzurichten. Das heißt, Lizenzeinnahmen in die jeweiligen Länder dadurch zu locken, dass Einnahmen aus Lizenzen gar nicht oder zumindest zu sehr niedrigen Steuersätzen versteuert werden. Hier hat die BEPS-Initiative einen Ansatzpunkt, der aus unserer Sicht eine zu lange Übergangsfrist bis 2020 hat, sodass wir der Auffassung sind, dass zur Ergänzung dessen, was dort die BEPS-Initiative auch an Umsetzungsnotwendigkeit in europäische bzw. nationale Gesetzgebung beinhaltet, noch zusätzliche nationale Maßnahmen in Ergänzung ergriffen werden müssen, etwa nach dem Vorbild unserer Zinsschranke, was die Internationalisierung von Zinseinnahmetransfers anbetrifft. Dies sind in vergleichbarer Weise vorzunehmen bei internationalen Kombinationen von Lizenzaufwendungen in einem Staat, bei gleichzeitigem Verbuchen von Lizenzeinnahmen in dem jeweiligen Zielstaat. Vielen Dank. Zusatzfrage. Herr Minister, eine Zusatzfrage von mir. Würden Sie es auch als eine nationale Maßnahme betrachten, wenn man beispielsweise die eben von Ihnen genannten Dividendenzahlungen unter dem Rechtsinstitut der nicht abziehbaren Betriebsausgaben bei uns im Inland behandeln würde und damit die Verlagerung der entsprechenden Gewinnanteile ins Ausland verhindern würde? Herr Finanzminister. Herr Abgeordneter Kummer, über Dividendeneinnahmen habe ich gar nicht gesprochen. Das war die Antwort. Weitere Fragen? Bitte sehr. Herr Drück. Herr Staatsminister Dr. Schäfer, nachdem Sie das sehr positiv sehen, welche Auswirkungen Sie auf den Landeshaushalt sehen? Herr Finanzminister. Wenn ich das in Mark, Pfennigen oder Euro und Cent beziffern könnte, dann hätte ich sicherlich einen beträchtlichen Wettbewerbsvorteil zwischen den Landesfinanzverwaltungen. Das ist natürlich immer ungeheuer schwierig, das am Ende exakt zu beziffern. Aber wir sehen natürlich bei den steuerlichen Betriebsprüfungen, dass Steuergestaltungsmöglichkeiten, die ja legal sind, natürlich von insbesondere international operierenden Unternehmen genutzt werden. Damit sind Konzerne, internationale große Konzerne, privilegiert, weil ihnen diese Möglichkeiten offenstehen, während es dem mittelständischen Unternehmen, der vielleicht eine ausländische Tochter hat, aber jedenfalls nicht über weitergehende Konzernstrukturen verfügt, diese Möglichkeiten nicht haben. Deshalb ist das eine Art von Wettbewerbsverzerrung, die wir für falsch halten. Deshalb halten wir die Zwischenergebnisse von BEPS für ausgesprochen wichtig und notwendig, aber ich habe darauf hingewiesen, ergänzungsbedürftig. Vielen Dank. Nur noch der Fragesteller hat die Möglichkeit, zwei Zusatzfragen zu stellen. Der mache ich aber nicht. Gut. Dann rufe ich auf die Frage 406, Herr Abg. Wallmann. Ich frage die Landesregierung. Wie bewertet sie die aktuellen Überlegungen auf europäischer Ebene hinsichtlich der Einführung europäischer Rechnungsführungsgrundsätze für den öffentlichen Sektor? Herr Finanzminister. Frau Abgeordnete Wallmann, Sie wissen, dass diese Diskussion innerhalb Deutschlands und innerhalb der deutschen föderalen Struktur durchaus auch kontrovers diskutiert wird. Wir haben ja noch eine sehr heterogene Struktur, was die Frage der kaufmännischen oder kameralen Rechnungslegung in den jeweiligen öffentlichen Körperschaften, während die kommunale Ebene in einem weit überwiegenden Teil der Bundesländer bereits kaufmännisch bilanziert und bucht. Auf der Landesebene ist lediglich das Bundesland Hessen und das Bundesland Hamburg. Nordrhein-Westfalen macht sich jetzt auf dem Weg der doppelten Buchführung unterwegs und die nationale Ebene noch vollständig kameral. Deshalb begrüßen wir die entsprechende Initiative der Europäischen Union, weil natürlich ein transparentes Rechnungslegungssystem unerlässlich ist, um Fragestellungen von Frühwarnsystemen für krisenhafte Ereignisse, wie wir sie in der Vergangenheit erlebt haben, unerlässlich sind. Ich glaube, dass die Bundesrepublik Deutschland gut beraten wäre, bei all ihrer Positionierung international Transparenz bei anderen anzumahnen, bei der eigenen Transparenz der eigenen Haushaltsdaten dort auch sich noch stärker positiv in den Vordergrund zu präsentieren, als das bisher der Fall war. Deshalb haben wir allen Anlass, davon auszugehen, dass unser System, nämlich der doppelten Buchführung, das wir eingeführt haben, flächendeckend zunehmend auch zu einem Maßstab, dessen sich entwickeln wird, wie andere Bundesländer auch vor dem Hintergrund der EPSAZ-Initiative sich entwickeln werden. Das macht uns im Hinblick auf die vor vielen Jahren getroffene Entscheidung durchaus ein Stück zufrieden. Vielen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Ja, bitte. Gibt es bereits Überlegungen, auch in zeitliche Richtung, bis es Grundsätze zur europäischen Rechnungsführung geben sollte, bis die verabschiedet sind bzw. bis wann die vielleicht auch umgesetzt werden sollen? Herr Finanzminister. Die neu ins Amt gekommene EU-Kommission hat in ihrer Maßnahmenplanung für das erste Amtsjahr der EU-Kommission zu EPSAZ keine Verlautbarung herausgegeben, sodass wir davon ausgehen, dass jedenfalls im kommenden Jahr eine weiterführende Initiative außer der Fortsetzung des Diskussions- und Konsultationsprozesses nicht zu rechnen ist. Wir werden aber davon ausgehen, dass im Laufe der Amtszeit dieser EU-Kommission ein entsprechender Legislativvorschlag erfolgen wird. Vielen Dank. Noch weitere, nicht der Wahl. Frage 411 übernimmt der Kollege Frank-Peter Kaufmann. Ich frage die Landesregierung. Damit es auch im Landtagsprotokoll steht, hier in der öffentlichen Sitzung, wird die Steigerung der Regionalisierungsmittel, die sich in Hessen im Jahr 2016 auf ca. 52 Millionen € beläuft, zu 100 % an die Verbünde weitergeleitet, wie es das ÖPNV-Gesetz vorsieht. Herr Wirtschaftsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Landesregierung ist durch § 12 Absatz 1 des hessischen ÖPNV-Gesetzes dazu verpflichtet, die Fördermittel des Bundes nach dem Regionalisierungsgesetz sowie des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz zu 100 % an die hessischen Verkehrsverbünde auszuschütten. Dieser Verpflichtung wird die Landesregierung selbstverständlich nachkommen, nachdem auf Bundesebene Klarheit über den Zeitpunkt und den Verteilungsschlüssel der Auszahlung an die Länder hergestellt wurde. Dies hat der Staatssekretär Samson mit Schreiben vom 22. Oktober 2015 allen drei Verkehrsverbünden mitgeteilt. Vielen Dank. Zusatzfragen. Bitte sehr. Ich habe ich, ich warte mal. Er drückt nicht drauf. Habe ich schon gemacht, Herr Staatsminister Al-Wazir. Da offenkundig bei der Grünen-Fraktion ein gewisses Misstrauen herrscht, was die Weitergabe der Regionalisierungsmittel anlangt, stelle ich gerne die Frage, ob Sie auch die zugrunde liegenden Regionalisierungsmittel, auf die sich ja die Steigerung bezieht, zu 100 % an die Verbünde weitergereicht haben. Herr Minister, soll die Frage wiederholt werden? Nein, wiederhole sie noch einmal. Ist nicht angekommen, ein bisschen lauter. Den ersten Part muss ich nicht wiederholen. Ich wollte nur fragen, ob die ansonsten ja gezahlten Regionalisierungsmittel, auf die sich ja die Steigerung bezieht, zu 100 % an die Verbünde weitergereicht worden sind. Herr Minister. Also, wir machen ja mehrjährige Finanzierungsverträge mit den Verbünden. Es gibt übrigens auch im Jahre 2016 einen laufenden Vertrag von 2011 bis 2016. Es gibt beispielsweise im Jahre 2015 eine Steigerung um nach meiner Erinnerung 8 Millionen Euro. Das sind die 1,5 % bezogen auf das Jahr 2014. Nach meiner Erinnerung ist dieses Geld aber jedenfalls zum Zeitpunkt der letzten Wirtschaftsausschusssitzung noch gar nicht beim Land Hessen eingegangen. Wir können natürlich nur das weiterleiten, was bei uns auch eingegangen ist. Dementsprechend sind wir mit den Verbünden im Gespräch über die Frage, wie eine zukünftige Finanzierungsvereinbarung 2017 bis 2021 aussieht. Wir haben eine Übergangsregelung für 2016 getroffen und warten darauf, dass der Bund uns einen Verteilungsschlüssel für die Regionalisierungsmittel ab 2016 gibt bzw. einen entsprechenden Verordnungsentwurf vorlegt, wo es einen Bundesratsvorbehalt gibt. Vielen Dank. Zusatzfrage, Herr Kummer. Herr Minister, zu dieser Frage eben ganz einfach noch einmal die Frage von mir. Wer sind denn bisher bis einschließlich des Jahres 2015 die Regionalisierungsmittel des Bundes stets zu 100 % an die Verbünde weitergeleitet worden? Herr Minister. Es gab einmal eine Zeit, da waren es Minus X, aber jetzt sind es wieder 100 %. Vielen Dank. Zusatzfragen könnten nur nach der Frage stellen, machen wir aber auch nicht. Dann geht es um den nächsten Punkt. Frau 412, Herr Abg. Ismail Tipi, CDU. Herr Präsident, ich frage die Landesregierung. Mit welchen Maßnahmen reagiert sie auf den steigenden Fachkräften der Bedarf im Bereich der Pflege? Herr Sozialminister. Herr Abgeordneter, die Hessische Landesregierung hat bereits frühzeitig die Bedeutung der Fachkräftesicherung in der Pflege erkannt und deshalb in den Jahren 2003 bis 2006 mit dem hessischen Pflegemonitor ein wissenschaftlich valides und repräsentatives Monitoring für den Arbeitsmarkt der Alten- und Krankenpflege entwickeln lassen und seit 2007 in den Dauerbetrieb überführt. Mit dem hessischen Pflegemonitor verfügt die hessische Landesregierung über ein valides und von allen relevanten Akteuren mitgetragenes Instrument zur Beobachtung des Arbeitsmarktes für Pflegekräfte, das insbesondere der Steuerung von Ausbildungskapazitäten dient. Das Land Hessen finanziert darüber hinaus seit vielen Jahren die berufsfachschulischen Anteile der Ausbildungen in den Altenpflegeberufen, und zwar sowohl in der Altenpflege als auch in der Altenpflegehilfe. So hat sie in der Vergangenheit als Bildungsgutscheine nach SGB III und SGB II durch die Agenturen für Arbeit und Jobcenter nur zweijährig förderfähig waren auch die Schulkosten für das dritte Weiterbildungsjahr übernommen. Damit wurde sichergestellt, dass Bildungsgutscheine überhaupt ausgegeben werden durften. Nach der Erhöhung der Obergrenze landesfinanzierter Schulplätze im Jahre 2011 von 3.500 auf 4.000 Plätze wurde die Deckelung der Schulplätze zum Schuljahr 2012-2013 vollständig aufgehoben. Damit wurde sichergestellt, dass jeder Auszubildende bzw. jeder Auszubildende, der über einen praktischen Ausbildungsplatz verfügt, unentgeltlich einen Schulplatz erhält. Auch die mit der vierten Verordnung zur Änderung der Altenpflegeverordnung erfolgte Erhöhung der Pauschale für die Altenpflegehilfeausbildung von 3.224 Euro auf 3.684 Euro konnte einen Beitrag zur Steigerung der Ausbildungszahlen leisten. Zudem wird die Hessische Landesregierung zum 1. Januar 2016 die Schulgeldpauschalen insgesamt erhöhen. Das sind klare Signale der Hessischen Landesregierung gegen den Fachkräftemangel in den Altenpflegeberufen. Das Land Hessen beteiligt sich ebenfalls an der Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive Altenpflege, deren Anliegen es ist, die Sicherung und Gewinnung von Fachkräften gemeinsam voranzutreiben. Darüber hinaus hat sich die in Hessen bestehende Altenpflege-Helfeausbildung zum Erfolgsmodell entwickelt. Während für die Fachkraftausbildung der Realschulabschluss vorausgesetzt wird, ist für die einjährige Helfeausbildung bereits ein Hauptschulabschluss ausreichend. Der Vorteil ist, dass die Absolventen der einjährigen Helfeausbildung erwerben nicht nur einen ersten Berufsabschluss, sondern können im Anschluss verkürzt die Fachkraftausbildung antreten. Im Jahr 2014 konnten 700 Verkürzungen der Fachkraftausbildung aufgrund der Vorqualifikation Altenpflegehilfe erteilt werden. Im Schuljahr 2014 und 2015 hatten 758 Anfängerinnen und Anfänger in der Altenpflege im vorherigen Ausbildungsgang eine Altenpflege-Hilfeausbildung abgeschlossen. Anfänger gesamt, also 2.238, also rund 34 % Übergänge aus der Helfeausbildung in die Fachkraftausbildung. Die Hessische Landesregierung hat darüber hinaus mehrere Projekte im Rahmen des Europäischen Sozialfonds mitfinanziert, um neue Zielgruppen für die Ausbildung zu gewinnen. Ich denke hier insbesondere an Menschen mit Migrationshintergrund, junge Menschen, Männer oder die Erschließung des vorhandenen Potenzials der langjährig tätigen An- und ungelernten Pflegehelfer für eine Ausbildung in der Altenpflege. Ich nenne hier als Beispiele die Programme Aufwärts in der Altenpflege, Arbeitsintegrierte Qualifizierung Altenpflege oder Altenpflegeausbildung junger Männer. Die Hessische Landesregierung wird auch künftig alles Notwendige tun, um ausreichend qualifiziertes Fachpersonal gewinnen zu können. Deshalb werden wir uns beim neuen Pflegeberufsgesetz dafür einsetzen, dass der erfolgreiche Einstieg in die Fachkraftausbildung für Hauptschüler über die Altenpflegeausbildung erhalten bleibt. Auf dieses wertvolle Potenzial können wir ebenso wenig verzichten wie auf Quereinsteiger, Berufsrückkehrer, Umschüler oder angelernte Pflegehilfskräfte, die im Rahmen der beruflichen Fort- und Weiterbildung noch einen Berufsabschluss in der Altenpflege anstreben. Alle Akteure müssen hier weiter an einem Strang ziehen, damit mehr Menschen für das Berufsfeld der Altenpflege gewonnen werden können. Fest steht, dass der Bedarf an Pflegekräften weiter erheblich wachsen wird. Einfache und schnelle Lösungen wird es nicht geben. Viele Stellschrauben sind von unterschiedlichen Akteuren zu betätigen. Gerade auch Werbekampagnen, Maßnahmen zur Verbesserung des Berufsbildes und des Images, Fragen der Personalentwicklung, Fragen der Personalentwicklung und Nachqualifizierung, die Optimierung von Ablauforganisationen und Maßnahmen der Gesundheitsförderung im Betrieb werden bei immer älter werdenden Belegschaften künftig von größerer Bedeutung sein. Auch der Vereinbarkeit von Familie und Beruf kommt eine große Bedeutung zu. Auf das Land Hessen wird dabei auch zukünftig Verlass sein, wenn es darum geht, die Ausbildung in den Altenpflegeberufen und die Altenpflege zukünftig aufzustellen bzw. weiterzuentwickeln. Vielen Dank. Gibt es Zusatzfrage, Herr Kollege Rock? Herr Minister, wie bewertet die Landesregierung die Zusammenführung der Altenpflegeausbildung für die Gewinnung von Fachkräften? Herr Sozialminister. Herr Abgeordneter, das Pflegeberufsgesetz ist eine wirklich große Herausforderung, vor der die Bund und auch alle Länder stehen. In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe ist noch einmal verdeutlicht worden, dass alle 16 Bundesländer wie auch der Bund die generalisierte Ausbildung befürworten und damit einen einheitlichen Weg einschreiten wollen. Insbesondere eben im Hinblick auf die Gewinnung von Fachkräften ist es absolut notwendig, eine Differenzierung während der Ausbildung auch vornehmen zu können. Wir müssen dabei darauf achten, dass wir die Module so ausgestalten, dass die einzelnen Spezifikationen von der Krankenpflege über die Kinderkrankenpflege bis hin zur Altenpflege so auch sich darstellen, dass die Menschen, die sich für einen solchen Beruf entscheiden, auch von vornherein wissen, welche Bereiche sie gemeinsam gehen und wann eine Differenzierung in die einzelnen Bereiche erfolgt. Wir denken jedoch, dass mit der generalisierten Ausbildung und den sich damit auch anschließenden Möglichkeiten der Fortentwicklung und Weiterentwicklung in diesem Beruf bis hin zu der Möglichkeit der Akademisierung in diesem Bereich wir Menschen mehr interessieren können, weil Menschen sich für einen Beruf sowohl des Inhaltes, aber auch der Karrieremöglichkeiten interessieren. Bisher ist die Frage der Karrieremöglichkeiten an der Stelle nicht stark ausgeprägt. Das versuchen wir auch damit zu ändern. Vielen Dank. Weitere Zusatzfragen? Nicht der Frau. Wo? Oh, Entschuldigung. Nein, die Frau. Bitte sehr. Herr Minister, mal abgesehen von der Generalistik. Verschiedene Bundesländer haben ja eine Umlagefinanzierung umgesetzt und durchgeführt und erste Erfahrungen und erste Evaluation zeigen scheinbar, dass diese Umlagefinanzierung mit einer steigenden Ausbildungszahl korreliert. Könnte dies nicht auch ein Aspekt für Hessen sein, um dem steigenden Fachkräftebedarf entgegenzutreten? Vielen Dank, Herr Sozialminister. Frau Abgeordnete, Sie wissen, dass die Fragestellungen der Umlagefinanzierung in der Ausbildung genaue verfassungsrechtliche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Ich beobachte mit großem Interesse in den Bundesländern, in denen das eingeführt worden ist, wie sich die Entwicklung dort sowohl im Hinblick auf die Ausbildungszahlen darstellt, wie auch in der Fragestellung der Anzahl der Betriebe, die noch ausbilden. Weil wir müssen ja immer damit berücksichtigen, immer dann, wenn ich in ein umlagefinanziertes System, im Krankenhausbereich ist es anders, weil es im Krankenhausfinanzierungsgesetz geregelt ist, aber jetzt in ein eigenes umlagefinanziertes System hineingehe, muss ich aufpassen, dass ich nicht auf einmal in die Situation hineinkomme, dass es weniger Ausbildungsbetriebe gibt, weil man sich möglicherweise durch die Zahlung einer Umlage als befreit ansieht davon. Diese beiden Entwicklungen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen, wie auch die Grundlegenden. Ich bestehe einer Umlagefinanzierung nicht ablehnend gegenüber, wenn die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind und solche Effekte, wie ich sie eben beschrieben habe, weitestgehend ausgeschaltet werden können. Wir müssen in dem Kontext allerdings natürlich auch sehen, geht diese umlagefinanzierte Ausbildung auch noch im Kontext mit der Generalistik? Auch diese Frage ist noch nicht geklärt. Ich halte es jetzt für verfrüht, über die Einführung eines Umlagesystems zu denken, wenn ich nicht die Auswirkungen im Hinblick auf die Generalistik, und das wird im Laufe dieses Jahres kommen, weiß. Deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich da erst einmal abwarte. Aber ich stehe dem nicht ablehnend gegenüber. Vielen Dank. Jetzt darf nur noch der Fragesteller, wenn er möchte. Wenn er nicht möchte, kommt die nächste Frage, Drucksache 19, Drucksache 19, 413. Herr Abg. Ernst-Ewald Roth, SPD-Fraktion. Ich frage die Landesregierung, wie viele Verpflichtungserklärungen nach § 68 Aufenthaltsgesetz wurden für syrische Staatsangehörige seit Veröffentlichung des Erlasses des hessischen Innenministers vom 19. September 2013 abgegeben. Herr Innenminister. Herr Abg. Roth, über die Abgabe der Verpflichtungserklärung wird landesweit keine Statistik geführt. Die Verpflichtungserklärung wurde bei der Antragstellung nach dem Hessischen Landesaufnahmeprogramm bei der jeweils zuständigen Ausländerbehörde abgegeben. Bis zum 30. November 2015 haben die deutschen Auslandsvertretungen 2.458 Visa auf der Grundlage des hessischen Aufnahmeprogramms ausgestellt. Das ist eine Auskunft des Auswärtigen Amtes. Das heißt, für diese Personen sind Verpflichtungserklärungen abgegeben worden. Das bedeutet nicht, dass die Personen noch eingereist sind. Das ist nicht nachvollziehbar. Zusatzfrage, Herr Kollege Ernst-Evald Roth. Herr Minister, wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es wahrscheinlich auch keine Erfahrungen mit konkreten Verpflichtungserklärungen. Werden diese durchgehalten oder abgebrochen? Gibt es da eine Problemanzeige? Herr Innenminister. Die Verpflichtungserklärungen sind nach meiner Einschätzung unbedingt. Mir ist da noch nichts vorgetragen worden. Vizepräsident Frank Lortz-Evald Roth. Weitere Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Frage 417, Herr Abg. Greilich, FDP. Ich frage die Landesregierung. Gibt es statistische Erhebungen über Straftaten in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung und deren Außenstellen? Herr Innenminister. Herr Abg. Greilich, Grundlage für valide Aussagen über das Straftatengestehen geschehen ist stets die jährliche erscheinende polizeiliche Kriminalstatistik. Diese erlaubt bisher Aussagen über die registrierten Straftaten bis zum Jahr 2014 in den zu diesem Zeitpunkt bestehenden hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen in Gießen. Für das Jahr 2015 liegen solche Zahlen schon aufgrund der Jährlichkeit der PKS noch nicht vor, sondern erst mit Veröffentlichung der PKS für das Jahr 2015. Vizepräsident Frank Lortz-Evald Roth. Vielen Dank. Zusatzfragen? Herr Kollege Greilich. Vielen Dank, Herr Minister. Können Sie mir denn sagen, welche Erkenntnisse der Landesregierung über die Zahl von Straftaten in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung im Jahr 2015 vorliegen, unabhängig von der PKS? Herr Innenminister. Herr Abgeordneter, wir werden selbstverständlich die PKS am Anfang des kommenden Jahres entsprechend veröffentlichen. Da sind dann die Zahlen auch so valide und zusammengestellt, dass wir ihnen auch entsprechende Auskunft geben können. Ich will Sie aber darauf hinweisen, dass es ein Lagebild des Bundeskommens in diesem Zusammenhang gibt. Dort hat der Bundesinnenminister auf Abfrage einiger Länder, sodass das über das Land Hessen hinausgeht, aber nicht vollständig die Bundesrepublik abbildet. Er hat laut Bundesinnenministerium Folgendes erklärt. Um Gerüchten über den Anstieg von Straftaten den Boden zu entziehen und belastbare Informationen zu erhalten, habe ich Anfang Oktober das Bundeskriminalamt gebeten, zusammen mit den Ländern schnellstmöglich Daten für ein regelmäßiges Lagebild zu erheben. Dieses Lagebild hat bisher ergeben, dass im Vergleich zur signifikant ansteigenden Kurve der monatlich kumulierten Gesamtzahl der registrierten Asylsuchenden sich demgegenüber ein gleichförmiger Anstieg der monatlich kumulierten Gesamtzahl erfasster Fälle im Zusammenhang mit Straftaten durch Zuwanderung abbildet. Das heißt, dass die exponentiell steigende Kurve der Asylsuchenden mit einer eher gleichförmig steigenden Anzahl von Straftaten korreliert und insofern keine besonderen Auffälligkeiten ermittelt wurden. Vielen Dank. – Weitere Zusatzfrage, Kollege Reilich. Danke für die Hinweise über die allgemeine Kriminalitätsentwicklung. Ich möchte schon die Frage stellen, ob es denn wenigstens die PKS-Auskunft auf die von mir gestellte Frage geben wird, nämlich nicht, welche Straftaten aus dem Kreis von Ausländern oder Asylbewerbern begangen werden, sondern wie viele Straftaten in der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung und deren Außenstellen festgestellt worden sind. Herr Innenminister. Herr Abg. Greilich, Herr Abg. Greilich, für das Jahr 2015 liegen die Zahlen noch nicht vor. Ich habe Ihnen eben vorgetragen. Die PKS wird entsprechende Aussagen über die registrierten Straftaten im Zusammenhang mit der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen entsprechend beinhalten. Vizepräsidentin Heike Habermann Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Wilken. Vizepräsidentin Heike Habermann Herr Staatsminister, Sie haben gerade die Formulierung gewählt, Straftaten im Zusammenhang mit Geflüchteten. Das erinnert an die Berichterstattung von heute, also Straftaten gegen Geflüchtete bzw. gegen Einrichtungen. Können Sie den Bundestrend für Hessen bestätigen, dass eine drastische Zunahme von Angriffen auf Asylbewerberheime und andere Einrichtungen auch in Hessen da ist? Herr Innenminister. Drastische Zunahmen kann ich nach meiner Erkenntnis nicht bestätigen. Es gibt sicherlich entsprechende Straftaten gegen diese Einrichtungen, auch zunehmende Zahlen. Aber dass wir in Hessen da irgendwie besonders auffallen würden, kann ich nicht bestätigen. Noch? Zusatzfragen? Nicht der Fall. Frage 418. Herr Abg. Klaus Dietz. Ich frage die Landesregierung. Welche Regelungen im steuerrechtlichen Bereich wurden in Kraft gesetzt, um Spenden im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise zu vereinfachen? Herr Finanzminister. Herr Abg. Dietz. Durch die obersten Finanzbehörden von Bund und Ländern haben in einem gemeinsamen Schreiben vom September 2015 Steuererleichterungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe unter anderem auch beim steuerlichen Spendenabzug beschlossen. Das gilt insbesondere für den vereinfachten Nachweis für entsprechende Spendentätigkeiten, in denen der Nachweis des Zahlungsbelegs als ausreichend angesehen wird. Es sind aber auch weitere Möglichkeiten geschaffen worden, dass entsprechende Vereine, die sich in diesem Bereich engagieren, die entsprechende Aufwendungen steuerlich geltend machen können. Vielen Dank. – Zusatzfragen? – Nicht der Wahl. Frau 419, Herr Abg. René Rock, FDP. Ich frage die Landesregierung. Werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, heute UMAs, die sich bereits in InteA-Klassen befinden, umverteilt? Wenn ja, warum? Herr Sozialminister. Herr Abgeordneter, ja. Unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer werden bundesweit und in Hessen verteilt. Am 1. November 2015 ist das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher in Kraft getreten. Das Gesetz regelt die Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, die sich am Kindeswohl und dem besonderen Schutzbedürfnis ausrichten. Aus diesen Gründen und um eine gute Integration in den Kommunen zu ermöglichen, werden die jungen Menschen unmittelbar nach der vorläufigen Inobhutnahme an die zur Aufnahme verpflichtenden Kommunen unter Umständen auch an andere Bundesländer weitergeleitet. Zusatzfragen? Wer drückt nicht darauf? Herr Minister, sind denn auch Flüchtlinge, die direkt schon in Integrationsmaßnahmen wie InteA untergebracht waren, umverteilt worden? Herr Minister. Herr Abgeordneter, die Frage hatte ich mit Ja beantwortet. Zusatzfragen? Nicht der Wahl. Frage 420, Herr Abg. Lothar-Gwanz. Herr Präsident, mit Ihrer Genehmigung die Antwort der Landesgebnisse ist vor Kurzem eingegangen. Deshalb würde ich gerne in der Fragestellung etwas grammatikalische Zeitform verändern. Die Frage lautet dann. Ich frage die Landesregierung, aus welchen Gründen konnte die im April eingebrachte Große Anfrage betreffend Unterrichtssituation und Lehrkräftebedarf in Hessen nicht fristgerecht beantwortet werden? Vielen Dank. Darauf kann der Kultusminister antworten. Bitte. Herr Abg. Quanz, das Hessische Kultusministerium ist immer bestrebt, qualitativ hochwertige Antworten auf die gestellten Anfragen zu liefern. Qualitativ hochwertige Antworten. Das hat zunächst einmal mit der Zeitschiene noch nichts zu tun. Da geht es um die Qualität. Ich würde auch sagen, Qualität geht in diesem Fall vor Schnelligkeit, also auch Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Wir wollen die Abgeordneten und die Öffentlichkeit möglichst umfassend und bestmöglich informieren. Aufgrund der Masse der gestellten Anfragen – wir haben allein im Kultusministerium eine deutliche dreistellige Anzahl in diesem Jahr – und der damit einhergehenden Arbeitsverlastung der Fachreferate, die überwiegend die Beantwortung der Fragen vornehmen, kommt es leider immer wieder vor, dass die Beantwortung der parlamentarischen Initiativen mehr Zeit in Anspruch nimmt als von der Regelfrist der Geschäftsordnung vorgesehen. Genau aus diesem Grund sieht die Geschäftsordnung auch die Möglichkeit vor, die Abgeordneten über eine etwaige längere Bearbeitungsdauer zu informieren. Jetzt konkret zu der Großen Anfrage. Die Große Anfrage, Drucksache 19, 1874, beinhaltete einen Fragenkatalog von 87 Fragen mit zum Teil mehreren Unterpunkten. Dabei handelt es sich auch um umfangreiche und inhaltlich komplexe Fragestellungen. Zu der Beantwortung, weil sehr viele dieser Fragen ins Grund auf quantitatives Datenmaterial zielten, waren Datenmaterialien von über 2.000 hessischen Schulen und den über 60.000 hessischen Lehrkräften auszuwerten. Das erforderte, weil diese Fragen auch nicht so beschaffen waren, dass man sie durch einen Knopfdruck in einem Computerprogramm hätte beantworten können, vielfach die Beteiligung nachgeordneter Bereiche sowie Abstimmungsarbeiten mit verschiedenen Ministerien innerhalb der Landesverwaltung. Das war der Grund, warum das erste Mal um eine Fristverlängerung gebeten wurde. Und dann gab es eine zweite Bitte um eine Fristverlängerung, die schlichtweg darauf zurückzuführen war, dass wir die Zahlen auch liefern wollten in der möglichst aktuellen Form, das heißt abgestimmt auf das neue Schuljahr 2015-16. Und auch diese Daten dann wieder zu erheben, neu einzuarbeiten, sodass sie eben wirklich eine qualitativ hochwertige Antwort bekommen, das bedurfte der Zeit, die wir ankündigungsgemäß bis zum 14. Dezember in Anspruch genommen haben. Zusatzfrage, Abg. Florian Rentsch. Herr Staatsminister, wenn man sich die Beantwortung unserer Übersichtsbefragung anschaut, welche Ministerien in der Sechswochenfrist geantwortet haben, so fällt auf, dass – Sie haben recht – das Kultusministerium 112 Anfragen zu beantworten hatte. Das Wirtschaftsministerium beispielsweise hatte sogar 142. Man kommt immerhin zu einer Beantwortungsquote von 72 %, das Justizministerium von 96 % fristgemäß, das Kultusministerium von 35 % und ist mit Abstand das schlechteste Ministerium. Ich darf einmal vorlesen. Es gibt immerhin 74 Fragen der SPD, 35 Fragen der FDP, drei der Linken, Schwarz und Grün, haben keine Fragen zur Schulpolitik in Hessen. Das heißt, das Kultusministerium hat hier die rote Laterne. Wie will denn das Kultusministerium im Konkurrenzkampf mit den anderen Ministerien wieder loswerden? Vielen Dank, Herr Kultusminister. Aufholjagd gestartet. Herr Abg. Rentsch, wenn ich mich noch richtig erinnere, dann war die Statistik genau umgekehrt im Jahr davor. Da lag das Kultusministerium ganz oben. Das erinnert mich an gewisse Sprüche aus der Fußball-Bundesliga. Willst du die Mannschaft oben sehen, dann musst du die Tabelle drehen. Das haben wir jetzt nicht weiter vor. Aber Sie können daran erkennen – ich habe einmal vorsichtshalber die Mannschaft nicht spezifiziert – wie schnell sich diese Situation verändern kann. Das ist in diesem Fall auch nicht auf fundamentale Änderungen in unserer Kultusverwaltung zurückzuführen, sondern hat unter anderem mit der Zahl, vor allem mit der quantitativen Intensität, was die Datenerhebung anbetrifft, der eingereichten Anfragen zu tun. Wir sind trotzdem bemüht, unsere Strukturen an dieser Stelle weiter zu optimieren. Ich bin daher zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr wieder mit besseren Zahlen aufwarten können. Vizepräsident Frank Lortz, Präsident Norbert Kartmann, Vielen Dank. – Zusatzfrage, Herr Kollege Gremmels. Was ist denn der Grund dafür, dass Sie eine kleine Anfrage von mir vom September dieses Jahres 2019-2467, die gerade einmal zehn Fragen umfasste, bis zum heutigen Tag nicht beantwortet haben und ich noch bis zum heutigen Tag, obwohl es die Geschäftsordnung des Landtags vorsieht, eine Zwischennachricht darüber bekomme, aus welchen Gründen sie nicht beantwortet werden konnte, nicht beantwortet worden ist, genauso wenig wie ein Brief von mir an Sie vom 17.11. mit der Frage nach den Gründen auch noch nicht beantwortet worden ist? Sind Sie der Auffassung, dass ein ordentlicher Umgang des Kultusmilitären mit den Rechten der Parlamentarier und Parlamentarier des Landtags ist, so wie Sie das handhaben? Herr Kuhl, ist nächster. Zunächst einmal bin ich der Auffassung, dass man vielleicht an der Stelle berücksichtigen sollte, dass exakt diese Frage als Nummer 422 heute in der Fragestunde auf der Tagesordnung steht. Ich stelle es dem Präsidenten anheim, dass wir die jetzt vorziehen. Dann gebe ich gerne auch auf diese Frage Antwort. Vizepräsident Frank Lortz, Präsident Norbert Kartmann Die ziehen wir nicht vor. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Hier bleiben wir bei der Ordnung. – Zuruf des Abg. Janine Wissler – Zwei Zusatzfragen sind gestellt. – Zuruf des Abg. Janine Wissler – Dann bekommst du die Frage, dann bekommst du die Frage schriftlich beantwortet. Kollege Rentsch, tut mir leid, zwischen zwei Zusatzfragen sind gestellt. Eine noch, dann ist Feierabend. – Zuruf des Abg. Janine Wissler – Zuruf des Abg. Janine Wissler – Herr Kollege Gremmels, für ein Verständnis würde ich einfach meine beiden Fragen tauschen. Jetzt die Frage 422. – Herr Kollege Gremmels, wir haben noch eine gewisse Ordnung, auch vor Weihnachten. Ich habe die Frage 421 aufgerufen. Wenn Sie die stellen wollen, ist gut. Wenn Sie die nicht stellen wollen, machen wir Schluss mit der Fragestunde. – Das war auch dann. – Zuruf des Abg. Janine Wissler – Zuruf des Abg. Janine Wissler – Zuruf des Abg. Janine Wissler – Herr Kollege Gremmels, ich bitte Sie noch einmal ganz friedlich. Die Frage 421 ist aufgerufen. – Zuruf des Abg. Janine Wissler 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 – Herr Kollege Gremmels, Sie ziehen die Frage 421 zurück. Dansten können Sie natürlich die Frage beenden werden. Pedro Schuss using your hand, oder? Dasюсь, das kann ich heute noch 2014 geben. – Zuruf des Abg. Janine Wissler 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 beantwortet werden. Ich weise noch einmal darauf hin, Kollege Gremmels. Wir sind Ihnen sehr entgegengekommen, was die Zeit angeht. Aber Sie wissen ja, wie wir sind. Herr Kultusminister. Herr Abg. Gremmels, ich will Ihnen den Vorspann, der natürlich identisch mit der zuvor gestellten Frage wäre, ersparen. Ich gehe konkret auf Ihre Anfrage ein, will aber doch hervorheben, dass sich der mit Anfragen verbundene Rechercheaufwand je nach Fragestellung sehr unterschiedlich gestaltet. Für die Kleine Anfrage, Drucksache 192467, wurde mit Schreiben vom 9. November 2015 einmal um Fristverlängerung gebeten. Warum Sie diese Nachricht nicht erreicht hat, entzieht sich meiner Kenntnis und auch meinem Geschäftsbereich. Ebenso, warum Ihnen noch nicht offensichtlich mitgeteilt wurde, dass die Antwort auf diese Kleine Anfrage mittlerweile, nämlich am Freitag, dem 11. Dezember, beim Landtag eingereicht wurde. Trotzdem will ich gerne zu den Einzelheiten dieser Anfrage auch Stellung nehmen. Denn insbesondere in den Fällen, in denen in Frageform gekleidet eine Aussage im Sinne einer Feststellung gemacht wird, gilt es, den damit dargelegten Sachverhalt genau zu klären. Denn das Hessische Kultusministerium geht grundsätzlich davon aus, dass mit dieser Fragestellung der Hinweis auf ein konkretes Problem verbunden sein kann, dem nachgegangen werden muss. Im vorliegenden Fall wurde in der Anfrage die in eine Frage gekleidete Feststellung getroffen, dass zum Schuljahresbeginn 2015-16 an einer Schule im Landkreis Kassel ein Grundkurs Latein mit 40 Schülerinnen und Schülern gebildet worden sei. Da kein Schulname angegeben war, galt es, diese Aussage zunächst mit unseren Systemdaten abzugleichen. Aber auch nach sorgfältiger Auswertung unserer Daten in der Lehrer- und Oberstufenkurs mit einer solchen Schülerzahl zu identifizieren. Ein Systemfehler konnte nach sorgfältiger Überprüfung ausgeschlossen werden. Allerdings musste unter der selbstverständlich vorausgesetzten Maßgabe, dass die Aussage vom Fragesteller gewiss nicht leichtfertig, sondern auf der Grundlage einer glaubhaften Information getroffen worden war, dem Sachverhalt weiter nachgegangen werden. Das war dann allerdings nicht mehr auf der Ebene des Hessischen Kultusministeriums möglich. Vielmehr mussten im nächsten Schritt der Recherche die Schulen selbst in den Aufklärungsprozess einbezogen werden. Da in der Fragestellung keine Schule konkret benannt worden war, musste die Recherche dem vor Ort zuständigen staatlichen Schulamt übertragen werden, mit dem Auftrag, die Daten der gegebenenfalls in Frage kommenden Schulen zu sichten und zu überprüfen. Erst nach Durchführung dieser Arbeitsschritte konnte durch das Hessische Kultusministerium sicher ausgeschlossen werden, dass die Aussage, die in der Anfrage zur Kursgröße gemacht wurde, nicht zutreffend war. Und darüber, wie gesagt, über die daraus resultierende längere Notwendigkeit in einer längeren Beantwortungszeit haben wir den Landtag fristgerecht informiert und mittlerweile die Kleine Anfrage entsprechend beantwortet. Vizepräsident Wolfgang Greilich, Vizepräsidentin Heike, Vizepräsidentin Heike, Vizepräsidentin Heike, Vizepräsidentin Heike, Vizepräsidentin Heike, Vizepräsidentin Heike, Vizepräsidentin Heike betrachten Beifall bei der tweak ancora auf dem Kapit Enemy – Vizepräsidentin Heike Beously DIE Wurdерт X – Vizepräsidentin Heike K형me WurdVE Vizepräsidentin Heike 했습니다 Vizepräsidentin Heike Demотrag – wetterвол frontendraciones Ehre IST Herr Kollege Reif, wir haben es schon verstanden. Dann ist es gut. Damit sind wir am Ende der Fragestunde. Ich darf Ihnen noch, bevor wir zum nächsten Punkt mitteilen, dass eingegangen an Ihren Plätzen verteilt worden ist, zu Tagesordnungspunkt 42, ein Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19-2982, zum Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP betreffend Einsetzung einer Enquetekommission zur Änderung der Verfassung des Landes Hessen, Drucksache 19-2566, und die soeben eingegangenen Änderungsanträge der Fraktion DIE LINKE zu Tagesordnungspunkt 16, Haushaltsgesetz 2016, werden in Ihren Fächern verteilt. So.